Gut, jetzt habe ich mich gefragt, weisst du... Wieso die Hände fürs Gesicht? Einfach. Manchmal muss ich einfach... Das stimmt, das ist nicht scheiße. Fertig. 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 Macht das Sinn, wenn ich eh noch schaue oder in die Kamera schaue? Das habe ich mir vorhin gefragt. Was ist der grösste Vorteil, wenn ich mich nicht mehr darüber will? Jetzt wäre es gut gewesen. Check, der Letzte. Gut ist. Du auch noch der Letzte. Jetzt, dann lasse ich es. Hör auf lachen! Können wir jetzt deine Fragen beantworten? Hube mir deine Fragen, die du so herausst machines hast... Hilft es jetzt mein Videocover du? Schreib es in der Mail. Genau. Mega gerne. Mit 14 weiteren Fragen? Gerda. Wenn das nicht rauskommt, dann buchst es uns einfach mit. Ey, kannst du doch etwas anfangen? Ich glaube, wir können wahrscheinlich ein 10-Minuten-Video machen mit NollT submerter. Okay, mir ist es im Fall mega wichtig. Gut, nochmal. Uns ist es im Fall mega wichtig, dass du das Gefühl... Nein, ehrlich. Wenn du auf uns stehst... Nein, ehrlich. Alles einfach da, alles aufzustellen. Wir freuen uns unglaublich, ein Team-Event... Nein, wir freuen uns unglaublich, ein Team-Event. Unvergesslich, das habe ich verdammt. Noch mal. Glaubst du? Ich glaube, du. Okay.